Ja, es ist Dienstagmorgen und es gibt Ausnahmsweise, weil das Wetter heute nicht so gut ist und ja, es sieht ein bisschen komisch nach Herbst aus, aber deshalb gibt es ausnahmsweise einen Dienstagskracher vom Olli. Bedanken dürft ihr euch beim Ralf Hering, ganz, ganz großen Sport. Lieber Ralf, danke. Beim Frühstück sitzt der Helmfried und Samantha am Frühstückstisch und man sagt der Helmfried so, Samantha, du stell dir mal vor, gestern bei uns in der Wirtschaft habe ich unseren Briefträger drauf, er hat ein bisschen Schlagseide gehabt und dann hat er da rumgetönt, bei uns in der Straße hat er schon mit jeder Frau Sex gehabt, bis auf eine. Da sagt Samantha, Na, das muss unser hässlicher Nachbarin sein. Das muss unser hässlicher Nachbarin sein. Jetzt ist es, ich gehe schon wieder steil. Ich wünsche euch, das nächste läuft ein bisschen, ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag und guckt in der Nachbarschaft mal genau, was da los ist. Ich wünsche euch, das ist ein bisschen, ich wünsche euch, das ist ein bisschen, ich wünsche euch,